Wir mal diese sogenannten Helden, um ihnen den Tag zu verließen. Hilfe! Ich bin getroffen! Da kommt was! Geht es dir schon? Ich bin verletzt! Leg dich schlafen, Kind! Muss nicht aufstehen! Wie kann das sein, oder? Oh, scheiße! Oh! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Montage! Nimm das! Ich wurde verletzt! Alles zu einfach! Ach! Ersperren! Langsam! Lebwohl! Auf den Boden! Hier kommt was! Ersperren! 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 Überrascht! Musst du nicht sein! Ersperren! Ersperren! Gute Reise! Da liegst du. Du hast hier nichts verloren. Ich will was mir tun. Nimm das! Es geht nur ums Gefängnis. Hier kommt was! Lass mich! Komm her! Ich will dich noch einmal fragen! Du gehst jetzt! Auf nimmerwiedersehen! Du gehst jetzt! Du gehst jetzt zu Ende! Du bist da! Halt! 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 Ich kann sie nicht abschütteln. Hilfe! Weg mit dir! Halbe. Auf Wiedersehen! Ich bin nicht zuhause! Ich bin nicht zuhause! Fehler! Ertrag! Du hast recht geschehen! Ja! Fliegt! Die Welt mich entscheidet nicht! Du wirst abgewirkt! Viel Spaß im Insel! Zuhause! Auf Wiedersehen! Du hast zu Ende gebracht, was ich angemessen habe. Ja meine ich, Herr Schwächling! Er stirbt! Der Hedda! So geht es jetzt. Das teilen wir uns an. Kommt jetzt. Haben wir wirklich etwas anderes erwartet?